Yvonne Holz ist dabei, die 781, Mitte von der Partie, Doppelführung für den Blutex. Die Blutex haben das 1 zu 2, Crazy Night Reusers auf der 3. Position, Action im Kassel von Gribbel. Robert Schult ist vorne, Robert Schult auf Platz 1 und die smarte Blonde auf der 2. Position. So, Crazy Night Reusers auf dem 3. Platz mit dabei. Es ist noch einmal ganz eng, es geht hier um den Anzug in die nächste Runde und die Blutex haben die Nase voll. Sie machen das Rennen, führen, das Feld wagt an, Startnummer 40 auf der 3. Position, Gabriel von den Black Sharks soll still ist. Vierter Platz für Crazy Night Reusers auf der 5. Die Startnummer 839, da die Bomben von den Kampfkörpern, das sind die Positionen hier momentan, aus und auf. Es geht rein in die letzte Runde. Die Blutex haben weiter die Nase vorn, Startnummer 40, immer noch auf der dänten Position, Gabriel von Stocker Team Black. Rollstuhlitz, die Black Sharks sind das. Die Blutex haben das Dekender, trotz sie gewinnen, scheinbar souverän hier an diesen Lauf. Platz 1 und 2 für sie. Und der dritte Platz geht an die Startnummer 40, Black Sharks, Rollstuhlitz auf der 4. Crazy Night Reusers über die Zierlinie im Diesellauf der 80-Jährstklasse. Drittes Rennen, Tom ist dabei, TNT Racing, John Metzl von Union 17, Chris Treumann ist dabei und da der Würfel. Der Daniel Braun, die Kampfkeiler, Cario Racing Team Grimmeln.